Ein Teilnehmerbeitrag? Ja, bitte! Ja, ist eigentlich ein Herzensanliegen, last but not least. Was ich noch zu sagen hätte, es geht mir immer auch um den Kindermord im Mutterleib. Ich bete hier auch den Rosenkranz der Ungeborenen, nur für den, den es interessiert. War jetzt auch in den Nachrichten, dass die Jusos, wie man sie so schön nennt, sich dafür einsetzen, dass die Kindstötung bis zur Geburt eingeführt werden darf. Also das ist für mich eine ganz schreckliche Nachricht. Und dann war auch noch in meinem Saarland was, dass sie da wohl 1500 Ungeborene töten im Jahr. Also das sind ganz erschreckende Zahlen. Man hört es überall in Deutschland. Also es gibt immer mutige Menschen, die sich dagegen auftreten, die auch Märsche durchführen. Wie in Annaberg-Buchholz ist auch am 1. Juni wieder ein Marsch von einer Frau, die das selber miterlebt hat. Also davor kann ich immer nur den Hut ziehen und bitte darum, Teilnahme, wer es ermöglichen kann. Danke. Ja, vielen Dank nochmal für den Hinweis.